Hi, Mr. Lombardo! Kelly, der Schlauch liegt direkt vor dem Jeep. Kelly, wenn Ryan wäscht dein Jeep? Komm schon, Barbara, es ist für einen guten Zweck. Sam, der Menschenfreund. Ja, wie heißt es so schön? Harte Arbeit hat noch niemandem geschadet. Oh, ich verstehe. Viel Spaß im Club. Danke. 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 Danke.